Na toll, wie die Schiss haben. Der Max, der ist nicht hier rückfällig. In mehr Weise, als ich mögliche Sprachen kann. Ich weiß dich. In der Disco, mit der Schuss. Ja, du hattest nachdem, in besseren Klemmen. Anders Dudling, von Steele Nord-Dakota. Warum bist du hier? Ich schaue jemanden. Was machst du hier? Wir kamen, um Hilfe zu helfen. Nachdem ich meine Frau verabschiede, hat sie gesagt, ich musste etwas machen. Und ich liebe immer Kinder, also habe ich in die Angele der Höhlen. Oh, es ist ein tolles Haus. Und sie sind wirklich tolles Leute. Und jetzt kommen wir zweimal zum Jahr um inoculieren die Kinder der Favelas. Ja, es ist ein wunderbarer, die ganze Familie macht es. Meine kleine Frau kommt in ein paar Tage. Aren't du Angst? Ich war für 25 Jahre alt. Granted, Steele ist nicht San Paolo, aber ich sehe Dinge. Und die Leute sind die gleiche überall. Good, bad, indifference. Listen. Have you heard anything about a woman? About 28 rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No? Alright, well good luck. Alright, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey. I'll say a prayer for you. Another life lesson I didn't want. Und das war doch der eine Typ, der auf dem Klo war. Und beim Pissen gestört haben. Und wo strahlen euch denn hier überall rum, hä? Oh, da geht's wohl ab. Boom! Maybe you take him on. Oh, coup auf meiner mencion. Uh. tea modem I hoped this classy looking establishment would have a phone so I could call Passos, either that or a gun, so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, there's a telephone. Telefone. Vai, lá no fundo. Segue in frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer? Do I know you? No, I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, if you make you quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Oi. I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná for him. Show for me. Very gelado. Interesting haircut by the way. I meant to tell you that. Yeah, well... Wilson Dasil. Very good to meet you. Nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sejano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, he sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Rasha Preto. Yep, I know him. They're very popular with right-wing politicians, like Victor Bronco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land. Rodrigo Bronco wanted to develop. Rodrigo Bronco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy, Passos. That's right. But we had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay. It's a little weird right now. But I know that Victor Bronco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the UFA are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's going to happen? The moment is going to come along when I put all these pieces together. And at that moment, someone is going to come along and put a bullet in my head. Anyway, listen, I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Bronco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. If I'm a cop, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in three minutes or less. Maybe you too, Max. Max, you're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. And I'm going to do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Hey, Gring. What are you doing? No comprende. Leave me alone. auch der Tag muss er damit die Jürgermeister der Euro der Polizisten die Gäste auch das wir hatten so da hinten ist doch Kollege und die Schlammchen ein paar Kugeln da kommt jetzt die ganze Bande von dem und auch über den Billardtisch blöd rübergekleidet komm raus komm jetzt kommt er nicht raus hey hier in der Inward komm raus komm raus komm raus na, da kommt schon der Netschel mal kurz hier rein bisschen Klo mit nem Bett oder was ich geh nur ein Waschbecken, okay und nur Dusche Lady wie will mit der wenn da gar keine Matratze da ist sehr seltsam oder machen sie aufm Klo schäuze du ist er du bist du bist du 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 okay, wo sind die ganzen Einheimischen da hinten schon friedlich auf ich ja mal Das ist ein Gringo. Die Feuerwerksdiskussion war sicherlich in meiner Ehre, zu erinnern, dass alle neu die rote Karpette für ihre Überraschung der Gäste rauskriegen. und walking into another not so welcome party die Sitzbücher kann man sagen nach der Sitzbücher das ist zu überwärtig einheitlich schadet der Fähigkeiten auch die Arme muss können sie nichts mehr füllen oder was wenn sie wohl ganz schön fickt ist und da schon der erste so ein Schwanz schon trocken gelegt ist und Nummer 2 jetzt wurden sie aber ganz schön ganz schön übel-aggressiv hier gibt es auch wieder so tolle Deckungen jetzt zerbröselt alles und wir sind ja auch nicht hier in der reichen Gegend obwohl in der reichen Gegend hat es ja auch alles zerbröselt in Wankersheim Büro und so so oh da um auf dem Balkon war mal einer da die Türen wohl nicht rein die sind wohl alle verriegelt und verrammelt da da eine kurze Ruhepause der Umfeld da war doch auch noch einer da kommt nicht noch mal die 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 hier entlang weil zumindest nicht weiter woher kommen die zwei Kollegen war da doch noch oben da ist ja auch wieder so ein blödes Nest da die die und haben alle Waffen wir sind in Sao Paolo ein bisschen schwieriges gefährliches Fleckchen aber der Max wird damit schon klarkommen wieso das wird langsam ruhig aber es werden wohl noch mehr kommen ich denke mal nicht das hier nur woher fährst der Kultürküse Messer mit 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 konzentrieren hier war ein Schloss nicht einfach dagegen laufen ein mit mit dem dann hier das ist der ihre die die das